Willkommen bei MetabolismoTV, deiner richtigen Informationsquelle über den Stoffwechsel und die Gesundheit. Stress, Stress und noch mehr Stress. Ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel und heute möchte ich mit dir über das Thema Stress sprechen. Stress ist es, was den Stoffwechsel durcheinander bringt, Stress ist es, was Diabetes außer Kontrolle bringt, Stress ist es, der dich impotent macht, Stress ist es, der deinen Schlaf beendet, Stress ist es, was wir mit der Wissenschaft der Kraft des Stoffwechsels zu bewältigen versuchen. Also heute möchte ich mit dir über die sechs Arten von Stress sprechen. Es gibt sechs Stressarten. Bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich basierend auf dem Buch über Stoffwechselsmacht gesprochen. Hier wird von Stress erzählt, der dick macht, bekannt ist, dass Stress zu Bauchfett führt, den Körper verformt und bei Diabetikern den Blutzucker steigen lässt, was schädlich ist. Das bedeutet also, dass Stress einer der Hauptfaktoren ist, die man kontrollieren muss, um den Stoffwechsel zu steuern, den Stoffwechsel wiederherzustellen und die Gesundheit wieder zu gewinnen. Ich gehe kurz zur Tafel, um dir eine Weile über Stress zu sprechen. Und dies ist eine Serie, in der ich dir die sechs Arten von Stress erkläre. Um uns an den Stress zu erinnern, ist es gut, sich dieses Wort zu merken. Es ist ein erfundenes Wort. Das Wort ist Mesiti Mesiti. Es ist ein erfundenes Wort, das uns hilft, uns daran zu erinnern, dass es sechs Arten von Stress gibt. Es gibt sechs verschiedene Arten von Stress, die den menschlichen Körper beeinflussen können. Der menschliche Körper ist ein hochkomplexer lebender Organismus, der von einem äußerst sensiblen Nervensystem kontrolliert wird. Das Nervensystem verfügt über eine Verkabelung, die hinabsteigt und Kontakt aufnimmt. Sie kommt vom Gehirn und verbindet alle Organe, alle Drüsen, die Hormone produzieren. Alles wird vom Nervensystem kontrolliert. Das hier hinten ist, hier im Kleinhirn, gibt es einen Teil im Gehirn, der Amygdala genannt wird. Nicht die Mandel hier drinnen, sondern die Amygdala im Gehirn, im Kleinhirn, wo das Nervensystem kontrolliert wird. Und grundsätzlich, wenn eine Person ein übererregtes System hat, mit zu viel Erregung, dann kommen da die Probleme zum Körper. Wir haben zuvor besprochen, dass Stress dick macht und andere Probleme verursacht. Jetzt teilen wir die sechs Stressarten. Denn um deinen Stoffwechsel zu kontrollieren, musst du diese Arten beherrschen. Heute beginnen wir, über das M zu sprechen, das M von Mesitis. Dieses M steht für metabolischen Stress. Metabolischer Stress sind Bedingungen wie zum Beispiel Diabetes. Wenn du die Definition des Wortes Diabetes in irgendeinem medizinischen Wörterbuch suchst, wirst du finden, dass Diabetes als eine Stoffwechselerkrankung definiert wird. Aber es ist eine Krankheit des metabolischen Stresses. Warum ist es ein metabolischer Stress? Denn bei starkem Blutzuckeranstieg, besonders über 130 Milligramm, zerstört sich der Körper. Das führt zu Amputationen, Impotenz, Blindheit, Alzheimer und weiteren Bedingungen, unter denen Diabetiker leiden, weil zu viel metabolischer Stress vorhanden ist. Was genau beinhaltet der metabolische Stress? Denn es umfasst nicht nur Diabetes, sondern auch beispielsweise Hypoglykämie. Diejenigen von Ihnen, die einen Zuckereinbruch haben, der keine Diabetes ist, im Gegenteil, es geht nach unten, das ist ein metabolischer Stress und das verursacht Fettleibigkeit und das verursacht Stress für den Körper, der ihn dann im Grunde noch mehr abbaut. Es kann auch ein Stress von Philipp geben. pH bedeutet das Wasserstoffpotenzial, dass der Körper entweder zu sauer oder zu alkalisch ist. Zum Beispiel, wenn eine Person ihren Stoffwechsel verbessern möchte, muss sie ihren pH-Wert regulieren. Warum? Denn es gibt Mineralien wie Magnesium oder Kalium, die sehr alkalisch sind und dem Körper helfen, Säuren zu eliminieren. Zum Beispiel kann ein Diabetiker seinen Diabetes nicht ohne Magnesium und Kalium kontrollieren. Unmöglich. Deshalb spreche ich in vielen Metabolismo-TV-Folgen oft darüber, was zu tun ist, um Stress zu kontrollieren, der von einem pH-Wert herrührt, der zu sauer oder zu alkalisch ist. Also hier haben Sie Beispiele für metabolischen Stress. Gibt es noch andere Beispiele, die metabolischen Stress darstellen, weil Sie direkt mit dem, was im Körper vor sich geht, zu tun haben. Nicht wahr? Zum Beispiel, wenn es ein Verdauungsproblem gibt, sagen wir, Sie essen, aber der Körper verdaut nicht gut und hat diesen Stress dort. Das sendet kontinuierlich Nervenimpulse aus, bringt die Hormone durcheinander und Sie werden unweigerlich zunehmen. Also, selbst das Nicht-Verdauen von Nahrung wird Ihnen paradoxerweise helfen, zuzunehmen und den Schlaf zu verlieren. Also im Grunde haben Sie dort, was metabolischer Stress ist. Dies kann vermieden werden, indem man die Episoden von Metabolismo-TV ansieht. Beim Lesen des Buches Die Macht des Stoffwechsels, das Buch Diabetes ohne Probleme, sehen wir, wie wichtig metabolischer Stress ist. Ich erwähne dies, weil die Wahrheit immer siegt. Ich erwähne dies, weil die Wahrheit immer siegt.